20.30 Uhr, sag ich doch. Guck mal, seid ihr ja heute hier. Gar nicht. Doch, ihr spielt heute auch. Mal gucken, gegen den. Hier ist, was ihr spielt. Sie sehen? So, ihr spielt heute gegen... Wo seid ihr denn heute hier? Sie sind gar nicht hier drin. Doch, da. Ah, Griechenland ist Tabellenzweiter. Hinter Kroatien. Türkei auch Tabellenzweiter, hinter Deutschland. Warte mal, jetzt haben wir Griechenland. Oh, das ist schwierig. Ihr spielt gegen Tabellenzweiter, aber wir auch. Das ist schwierig, Dürr. Was? Erster Facebook, erster Facebooker. Fertig? Ende, aus, finito. Auch gut. Steck, man. Wo? Was? Steck, man. Du kannst duschen gehen, los. Kannst du jemanden duschen? Ich glaube schon, Leute... Und da. Ich bin los. Vielen Dank.